Bei bestimmten Grünpigmenten können Kupferionen den Kupferfraß provozieren. Ob diese vorliegen, können wir mit einem einfachen Test überprüfen, dem Bato-Kuproin-Test. Dafür brauchen wir das Testpapier, destilliertes Wasser, eine Pinzette, Folie und Löschkarton. Wir schneiden ein Stück vom Indikatorpapier ab und befeuchten es mit ein paar Tropfen Wasser. Wir gautschen dann überschüssiges Wasser mit einem Tuch ab. Danach drücken wir das Indikatorpapier auf die verdächtige Kupferfraßstelle. Zum Trocknen legen wir es auf eine Folie. Wenn das Indikatorpapier nach dem Trocknen gelblich wird, war der Test erfolgreich. Um jedoch ganz sicher zu sein, ist es gut, mehrere Tests durchzuführen.